Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Jetzt möchte ich zeigen, wie ihr mit Faust Code auf einen Server per SSH oder auf eine WSL zugreifen könnt. Und somit könnt ihr lokal von eurem PC aus auf einem Server oder einem anderen System, sag ich mal, programmieren. Und das geht, indem man die folgenden Erweiterungen installiert. So, lasst mich hier mal runterscrollen. Nämlich, jetzt kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Remote Containers wäre für Docker-Container. Remote SSH wäre halt, wenn man sich mit einem SSH-Server verbinden will. Und Remote WSL wäre, wenn man sich mit der WSL verbinden will. Das ist jetzt nur für Windows. Jetzt ist die Frage, könnt ihr das Video gut nachvollziehen, wenn ihr keine WSL eingerichtet habt oder keinen Docker-Container habt. Und oder auch noch irgendwie keinen SSH-Server habt, auf den ihr zugreifen könnt. Könnt ihr jetzt, sag ich mal, das Video selber nicht selber live mitmachen. Aber es ist, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Also, ich habe ja jetzt die WSL installiert und ich habe auch einen Docker-Container eingerichtet. Auf den habe ich jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Aber wir können ja mal mit dem Docker-Container uns verbinden. Ja, wenn ihr die Erweiterung installiert habt, müsst ihr eh erst mal Faust Code neu starten. Und dann habt ihr dieses Icon hier, nämlich Remote Explorer. Und hier können wir jetzt oben auswählen zwischen Containers. SSH-Targets und WSL-Targets. Der Workflow ist sehr ähnlich. Bei Containers hätte ich mir jetzt ein Ubuntu. Also, ich habe jetzt mir das eingerichtet halt. Ich habe einen Docker-Container, nämlich Ubuntu-Latest. Und verbinden können wir den, indem wir jetzt hier draufklicken. Dann startet der Container. Und eine neue Instanz von Faust Code hat sich geöffnet. Und wir befinden uns jetzt auf diesem Container. Das ist jetzt so, so kann man sich das vorstellen, als wären wir gerade auf einem Ubuntu-System. Obwohl ich ja hier gerade eigentlich auf Windows bin. Und, naja, der Container ist jetzt leer. Da kann ich gerade nicht wirklich viel machen. Aber wir sehen zum Beispiel hier, wenn ich in das Root gehe, sehen wir hier, das ist ein ganz normales Ubuntu- oder Linux-System. Ich zeige das mal lieber auf der WSL, weil ich die vernünftig eingerichtet habe. Da geht man einfach hier drauf. Also, der Workflow ist genau der gleiche. Dann startet sich die WSL. Unter Umständen muss man manche Erweiterung auch nochmal extra auf der WSL installieren. Dann sieht man hier diesen Local-Install. Das ist euer Windows-PC jetzt in meinem Fall. Und dieses WSL-Ubuntu-Install, das ist jetzt für das WSL- bzw. Container-Target. So. Und da muss man gegebenenfalls nochmal was installieren, beziehungsweise, wenn die geupdatet worden sind, neu starten. Deswegen mache ich das mal kurz. So. Und jetzt sind wir hier auf der WSL. Das sehen wir auch, oder generell auf irgendeinem Container. Das sehen wir auch daran, dass wir unten links in der Leiste, die eigentlich blau ist, die ist jetzt erstmal lila. Und ganz unten links sehen wir jetzt das Grüne hier. Nämlich, da sehen wir den Namen, den Namen vom Target. Der heißt gerade WSL-Ubuntu-2004. Ja. Und darüber sehen wir jetzt, wo wir sind. Wenn ich wieder in das eigentliche Fenster gehe, da sehen wir unten nur dieses grüne Icon. Und darüber könnten wir die verschiedenen Befehle ausführen, wie öffne SSH, öffne Container oder öffne WSL. Ja. Also die Sachen gibt es da. So. Gehe ich mal zurück in unser WSL-Fenster. Und hier können wir jetzt auch irgendein Projekt öffnen. Ich bin jetzt auch schon im Terminal hier, in der ganz normalen Bash. Ja. Ich habe jetzt hier die ganz normale Bash per Default. Und wie gesagt, hättet ihr jetzt sowas wie FISH oder ZSH, würde das hier eigentlich aufgelistet sein. Da können wir mal gucken. Ups. Ich habe natürlich hier auch was in meinem User-Verzeichnis. Und wir können ja zum Beispiel mal das Repository kurz, ja, klonen, was wir ja erstellt haben in den vergangenen Videos. Git clone. Jetzt muss ich mal kurz an den Link kommen. So. Hier ist der Link. Jetzt wird das geklont. So. Wenn wir mal gucken, sehen wir auch hier, wir haben jetzt diesen Source-Ordner. Da gehe ich einfach mal rein. Und den Ordner wollen wir jetzt mit der WSL öffnen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Open Folder. Dann sehen wir auch hier, das ist das Dateiverzeichnis von meinem Ubuntu-System. Ja. Hier der User heißt Jan2402. Das heißt, wir sehen jetzt hier das System. Und hier ist jetzt auch irgendwo der Source-Ordner. Ja, wie wir sehen, das sind jetzt diese Unterordner, die wir ja kennen aus unserem GitHub-Repo. Klicke ich auf OK. Fenster lädt neu. Auch hier wieder, ja, ich möchte das trusten. Mhm, mach mal. Und jetzt kann ich mir auch, ja, die Dateien hier anschauen. Öffnen wir das Terminal einfach mal. Ich führe jetzt einfach mal beispielhaft diese Python-Datei aus. Also ich bin jetzt hier wirklich so gesehen auf meinem Ubuntu-System und kann hier alles ganz normal machen. Das heißt, selbst wenn euer PC zum Beispiel langsam ist und ihr braucht für irgendein Software-Projekt viel Power, könnt ihr euch irgendeinen Server mieten, verbindet euch dann per SSH an den Server und könnt bei euch auf dem PC lokal in VSCode coden. Das ist der große Vorteil von diesen Remote-Extensions. Und das gibt es halt für, wie gesagt, Docker, WSL und für SSH. Ja, das ist eigentlich auch alles schon, was man dazu zeigen kann. Die Handhabung an sich ist genau gleich wie auch sonst. Vielleicht dazu bei Settings, hatte ich ja schon mal angekündigt, gibt es jetzt noch den dritten Part, nämlich Remote. Und der würde jetzt immer gucken, erst ob im Workspace ein Setting definiert ist. Wenn ja, dann wird das genommen. Wenn nein, dann geht er in der Ebene zurück, nämlich zu Remote. Wenn da was definiert ist, nimmt er das. Wenn nein, dann geht er zum User und der User ist das von eurem Host-System. Also in meinem Fall, User-Settings liegen irgendwo bei Windows. In AppDart hatten wir ja gesehen. Remote-Settings liegen irgendwo in meinem User-Verzeichnis auf meiner WSL. Wo auch immer die jetzt liegen. Ich meine, das ist jetzt auch gerade irgendwie wurscht. Aber da geht die Reihenfolge dann so durch. Erst Workspace, dann Remote, dann User. Okay, ja, das war es dann für dieses Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut da rein. Ciao. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.